Moin Leute, willkommen bei Comic-In und willkommen zur Achterbahnfahrt meiner Venom-Reise. Diesmal dabei die nächste vierteilige Miniserie Venom Carnage Unleashed aus April 95, mein Geburtsmonat, bis Juli 95. Und ihr merkt schon an der Formulierung Achterbahnfahrt, ich bin diesmal wieder mal schwer, schwer enttäuscht. Und das hat ganz bestimmte Gründe. Und doch hat alles so gut angefangen. Nachdem ich die tolle Arbeit von Howard Mackie so abgefeiert habe, so gewürdigt habe, so viel Spaß an dem letzten Video hatte, habe ich mir diese Cover angeguckt und dachte mir, man, das kann eigentlich nur noch besser werden. Ich habe in dem letzten Heft der letzten Mini schon gelesen, dass ein Autorenwechsel stattfindet, dass Larry Hamer der neue Autor ist. Okay, auch der Name hat mir mal wieder nichts gesagt, aber es konnte ja eigentlich gar nicht besser werden als Howard Mackie. Diese Cover sind allerdings ziemlich geil, da müsst ihr mir zustimmen. Die Nummer 1, besonders die Nummer 3, finde ich richtig cool. Das passt alles schon. Larry Hamer ist also eine Enttäuschung als Autor, halten wir das mal fest. Aber wir kommen erstmal zum Zeichner, denn das lässt sich alles ein bisschen schneller abhandeln. Andrew Whiteman und Art Nichols. Die sind zumindest zusammen aufgeführt in Sachen Zeichnung innerhalb der Hefte, wo die ganzen Kreativen aufgeführt werden. Wer welchen Anteil daran hatte, weiß ich jetzt nicht. Das Ganze ist relativ unspektakulär. Die Zeichnungen waren auch schon mal stärker in der Serie. Das hier ist so unterer Durchschnitt, würde ich sagen, weil alles mir ein bisschen zu eckig ist. Und die ganzen Zeichnungen leben doch sehr von der Kolorierung, weil Tom Smith nach der Pause in der letzten Miniserie wieder reinrutscht. Und die Kolorierung macht es halt wirklich bei diesen Wende-Miniserien. Und Andrew Whitemans Zeichnungen können dann nicht ganz mithalten. Besonders bei Carnage ist es auffällig, der ist doch schon arg eckig. Das zu den Künstlern. Larry Hamer. Larry Hamer hat, glaube ich, einen Auftrag bekommen. Und er kann, glaube ich, wirklich gar nicht so viel dafür, dass er das hier nicht wirklich gut abgeliefert hat. Ich meine, man hat relativ viel Zeit, da eine gute Geschichte mit Carnage und Vendom aufzubauen. Diese vierteilige Miniserie ist ein einziger Block an Werbematerial. Dazu muss man wissen, im Jahr 1994, Ende 1994, kam für alle damals gängigen Spielekonsolen ein Videospiel raus. Mit dem Namen Maximum Carnage. 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 Muttersmüll. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich habe das Gefühl, er wurde hier in ein Korsett gezwungen Von dem Verlag Marvel Was ihn und seine Fähigkeiten wahrscheinlich überhaupt nicht unterstützt hat Und total begrenzt Diese Reihe hat nichts Überhaupt nichts Was die Wende Miniserien irgendwie In kleinster Weise auch nur etwas weiterbringen könnte Alles was man sich aufgebaut hat Mit der letzten Mini Mit Separation Anxiety, die wirklich toll war Reißt man sich hier wieder ein Und wo man sonst vielleicht ein, zwei Story, Stränge, Plots, keine Ahnung Ausgelassen hat Nicht unbedingt weiterverfolgt hat Oder erst später weiterverfolgt hat Das hier kann man eigentlich ganz abgekapselt lesen Die einzige Neuerung innerhalb der Story Ist eine Fähigkeit Für Venom und Carnage Carnage macht es vor Venom macht es nach Bei Venom ist es dann natürlich Story entscheidend Klar Dass sie Wege zurücklegen können Über eine Internetverbindung Damals noch über Telefonmasten Modem etc. pp Und das wird halt Erstmal aufgegriffen Dass Carnage in Ravencroft einsetzt Das fand ich zumindest schön Dass ich das erstmal wirklich von Ravencroft lese Und der hat natürlich Internetzugang Um dieses blöde Videospiel zu testen Mit den Beta-Testern Und anders würde er sich ja nicht öffnen Okay Macht auch nicht wirklich Sinn Weil er nur in seiner Brutalität aufgeht Wenn er dieses Spiel da daddelt Total hörenrissig Und dann entflieht er natürlich Über die Internetverbindung Und macht erstmal die Beta-Tester kalt Na klar Das war auf jeden Fall völlig over the top Ich fand es nett Ich habe da ein bisschen die Foren durchgeklickt Und man sagt so Ja, das war damals alles State of the Art Und allerneueste Technik Und mittlerweile solle man das doch Mit dem Augenzwinkern betrachten Ist auch ganz nett Ich konnte mich gut in die Zeit hineinversetzen Besonders weil ich den selben Tag Noch Detektiv Conan gelesen habe Und es da witzigerweise Genau die gleiche Technik gab Die erwähnt wurde Scheint aus demselben Zeitalter zu sein So lange ist auch nicht 25 Jahre Aber gut Und das ist eigentlich das Einzige Was uns die Story präsentiert Was uns zumindest ein bisschen Was Neues gibt Andere Sachen werden gar nicht mehr aufgegriffen Alles völlig egal Wenn im Sinn ist Krise Scheißegal Brauchen wir nicht mehr Venom ist wieder top drauf Beck Underwood Der Versprechen gegeben hat Ich werde nie wieder töten Scheißegal Wir hauen hier einen nach dem anderen weg Ist völlig unwichtig Scream Die noch so groß getitelt hat Sie würde Nicht nur Venom töten wollen Sie würde auch Carnage töten können Oder wollen Völlig egal Scream kommt hier nicht vor Scream wird gar nicht erwähnt Wer sind schon diese anderen Symbionten Völlig egal Was mein Vorautor da geliefert hat Wir haben also Dann eine Art King Kong Carnage Das ist jetzt im übertragenen Sinn Er schnappt sich eine junge Lady Die vorher seine Therapeutin war Entführt die Und dann geht es halt darum Dass Venom diese Lady Wieder zurückbekommt Das ist alles so billig Wirklich billig Und so einfach gelöst Alles Es konnte mich überhaupt nicht überzeugen Der vielleicht noch netteste Punkt An der Geschichte war Dass ich mal so ein bisschen sehen konnte Was in Carnage Also Cletus Cassidy Die Kindheit so abging Was er eigentlich für ein Wirkliches Arschloch Für ein Unmensch ist Wie er damals schon Seine Familienmitglieder getötet hat Und gequält hat Was mittlerweile aber auch veraltet ist Weil es dafür eine überarbeitete Version gibt Also das ist auch schon wieder obsolet Gut ist dann so Aber auch von der Schreibe her Kommen wir nochmal auf Larry Hammer zurück Es ist so viel Slang auch drin Dass mir das Lesen wirklich schwer gefallen ist Cletus Cassidy ist ein einziger Slang Also Carnage Sprache ist so Beschissen zu verstehen Als deutscher Muttersprachler Der so einigermaßen ganz gut Englisch beim Lesen versteht Carnage ist auch nicht der Einzige Der da so rumslängt Auch Also okay Die Einzigen Die wirklich ordentlich gesprochen haben Waren glaube ich seine Therapeuten Und Venom zu größten Teilen Und der Rest war auch Straßenschläger Okay das hatte man Die anderen Minis auch schon Wenn diese Straßenschläger auftauchen Dann verstehe ich gefühlt kein Wort Weil die da irgendwelche Cool New Yorker Wörter Irgendwelche cool New Yorker Umgangssprachlichen Ausdrücke benutzen Boah da bin ich dann auch raus Aber gut also Carnage war schon Sehr sehr anstrengend Es gibt auch noch einen kleinen Zweiten Storystrang Eddie lernt auf der Reise Ein Mädchen kennen Ein junges Mädchen Das zu einem Jungen Mann will Den sie über das Internet Kennengelernt hat So aber noch nicht kennt Und Eddie schätzt die Situation Ganz falsch ein Er sieht dann nur Oh das ist ein Drogenabhängiger Guck dir doch mal das Foto an Und Er versucht Dieses Mädchen Zwanghaft zu schützen Und das wäre im Endeffekt Gar nicht so nötig gewesen Sorgt aber für Vielleicht tatsächlich zum Schluss Die eigentlich spannende Story Weil es da schon wieder so ein bisschen Um sein Gefühlsleben geht Es ist traurig ne Dass die wirkliche Main Story Carnage Die 80% dieser Hefte Einnimmt mindestens mal Totaler Bullshit war Und dann dieser kleine Teil Der einfach nur so nett Nebenbei daherkommt Das ist eigentlich die interessante Seite der Story Und selbst da nicht Wirklich gut ist Aber sie sorgt zumindest Für einen Cliffhanger Für Sinner Takes All Und das ist zumindest Meine Hoffnung Dass Larry Hammer Aus diesem Korsett Jetzt raus darf Ich hab wirklich das Gefühl Er wurde da eingeschnürt Und wirklich zeigen kann Was er denn kann Wenn er es denn kann Muss ich dann beurteilen Aber damit Hat er zumindest gezeigt Dass er schon weiß Woher die Priorität Seiner Meinung nach lag Und ich könnte mir auch vorstellen Dass er eigentlich Diese kleine Story Hätte viel lieber ausbreiten wollen Als dieses gezwungene Werbemagazin Für Maximum Carnage Zu schaffen Denn das ist Schade Es ist einfach nur schade Es wirkt gezwungen Es wirkt nicht toll Es war mir Ab Seite 2 oder 3 klar Wo die Namen Der Spielekonsolen kamen Sogar mit diesem TM Oder was da auch Oben dann immer klein steht Erscheinen Das ja Hätte nicht sein müssen Ich kann mir vorstellen Das Spiel hat sich auch So ganz gut verkauft Es ist ein kleines Beat'em up Ich werde euch vorhin Noch ein kleines Video Eingeblendet haben Ist vielleicht ganz interessant Ihr merkt mal wieder Ich bin etwas enttäuscht Ich bin sehr enttäuscht Ich habe nicht eine positive Sache Wirklich finden können Ich rede mir das jetzt Ein bisschen schön Dass der Cliffhanger Vielleicht für bessere Qualität In der nächsten Mini spricht Aber Was man sich mit dem Abgang Von Howard Mackie Eingerissen hat Und dann noch Sich selbst beschränkt In Sachen Werbebroschüre Das ist schon Ganz ganz harte Kost gewesen Und die Dinger Leben voll von ihren Cover Dafür sind die wirklich gut Sonst ist das Absolut Keine Kaufempfehlung Hier kann ich verstehen Dass nie ein deutscher Verlag Gesagt hat Okay komm Wir drucken Carnage Unleashed ab Das ist Carnage Das ist Venom Das verkauft sich vielleicht gut Aber was ist das denn für die Story Kann ich voll verstehen Wenn das nie mehr kommt Auf dem deutschen Markt Komm ich kenne das raus Bis zum nächsten Mal Haut rein